Posterdrucken ist wie Brötchenbacken. Mit den Postern verkaufen wir natürlich aktiv die Folge, der Umsatz pro Kunde steigt. Ich denke, dass für jeden Filialisten mit eigenen Shops der Image pro Graph wirklich lohnenswert ist. Pass auf, du hast ja letztes Mal gesehen, wie das geht, oder? Ja. Ist eigentlich kinderleicht. Du machst die Poster, ich mach die Mohnen. Alles klar? Danke. Kommt noch was dazu? Die Schnecken, die sehen so gut aus. Da hätte ich gerne auch mal eine von. Ob Bäcker, Florist, Gastronom, Metzger, ein Canon-Image pro Graph als Umsatzgenerator am Point of Sale, lohnt sich für jeden Filialisten und ist einfach zu bedienen.